Post von der Taliban und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt sie wieder, die Sensationsmeldungen und zwar die Taliban aus Afghanistan. Sie verfolgen wohl die Diskussion in Deutschland sehr genau. Es geht jetzt hier um einen diplomatischen Kontaktversuch eben von Afghanistan an die deutsche Regierung. Sie würden sich bereit erklären, unsere straffällig gewordenen neue Mitbürger wieder zurückzunehmen. Kein Spaß, Leute. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Kanal schauen oder ob Sie einen anderen Kanal schauen in Taliban, in Afghanistan, nicht in Taliban, aber es ist hier äußerst interessant. Ich habe hier den Brief im Original. Er ist adressiert an niemand Persönliches. Also es kann sich jetzt hier angesprochen fühlen, Herr Olaf Scholz bzw. Frau Annalena Baerbock. Der Brief ist vom 7. Juni 2024. Er ist brandaktuell und ich lese ihn euch einfach mal kurz vor. Er ist auf Englisch und ich übersetze euch. Dann danach. Sie sagen hier, Das Ministerium des Äußeren, also quasi das Pendant von Annalena Baerbock, des Islamischen Emirates of Afghanistan, so nennen sie das inzwischen, ist monitoring the decision. Sie beobachten die Entscheidungen to deport Afghan nationals um afghanische Nationalitäten, also Staatsbürger. Deport heißt deportieren in dem Fall, aber wir sagen mal zurückbringen. Sie hoffen, dass es hier einfach über einen normalen diplomatischen Weg passiert, was auch die Rechte der Betroffenen schützt, to protect the rights of citizens in a manner und so weiter. Und am Ende sagen sie auch noch, dass es hier auf all established conventions handed over a third country. Also sie sagen hier nochmal durch die Blume, dass ihr die Leute über Pakistan uns bringen wollt und dann an der Grenze rüberschieben wollt. Da sind wir strikt dagegen. Wir wären aber bereit, wenn ihr uns diplomatisch einen Kanal aufbaut, also quasi eine diplomatische Anerkennung der Taliban. Und jetzt werden wir hier feststellen, es wird Arbeitsverweigerung geben von Frau Baerbock. Frau Baerbock will das nicht. Herr Scholz will das auch nicht. Frau Faeser will das auch nicht. Dann müssten sie allerdings auch den Kontakt nach Katar einstellen. Die Kataris sind die Leute, die die Hamas dort finanzieren, beziehungsweise ihre Büros in Katar haben. Da kooperieren wir auch mit Terrorleuten. Wir kooperieren genauso mit Russland, der ja in den Augen von vielen hier ein Diktator ist. Und dennoch gab es Verhandlungen, dass wir Nawalny tauschen wollten gegen den Tiergartenmörder. Also sie waren bereit, einem nach ihrer eigenen Definition Despoten und Diktator einen Mörder zu überstellen, damit ein russischer Staatsbürger freikommt. Genauso kooperieren wir doch mit dem Iran in Teilen. Es gibt Geschäfte mit dem Iran und so weiter und so fort. Und da muss man sich immer noch die Frage stellen, jetzt wollt ihr bei den Afghanen hier sagen, wir machen das nicht. Das ist Arbeitsverweigerung, Frau Baerbock. Es ist ihre Pflicht und ihre per Eid abgelegte Aufgabe, dass sie sich hier auf diplomatischem Wege mit allen Beteiligten unterhalten. Auch mit denen, die uns nicht gefallen. Das haben sie selbst gesagt. Sie müssen auch mit Leuten reden, die ihnen nicht so in ihr politisches Bild passen. Und sie müssen hier auch mit Vertretern der Taliban reden. Das geht gar nicht anders. 20 Jahre die Bundeswehr an Hindukusch schicken, nichts auf die Reihe kriegen, außer Mord, Totschlag und Geld verbringen, um dann zu sagen, ja, aber wenn wir jetzt gehen aus Afghanistan, dann möchten wir mit der nach uns kommenden Regierung hier absolut nichts zu tun haben. Das ist Distanzeritis. In welcher praktischen Welt soll das funktionieren? Ja, also das ist wie im Kindergarten. Ach nein, das waren Trampoline, Frau Baerbock. Ich habe es vergessen, das waren Trampoline, aber die stehen manchmal auch im Kindergarten. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Vielleicht haben ja die Afghanen auch mein Joghurt-Video gesehen von die Woche, dass der Joghurt länger hält als die Aussagen von Herrn Scholz. Und jetzt gibt es den ersten diplomatischen Kontakt. Afghanistan sagt, wir nehmen unsere Afghanen selbstverständlich zurück. Wir wollen davon von Deutschland einen offiziellen diplomatischen Kanal. Und das kann Schule machen. Wenn Deutschland vorgeht und sagt, wir akzeptieren zwar nicht diese Taliban-Regierung als souveräne Regierung dieses Landes Afghanistan, weil es keine Wahlen gab etc., dann ist das ja okay. Gleichzeitig kann man sagen, und wir schieben dennoch dorthin ab. Dann kommt wieder die Menschenrechtsdebatte, die kann ich nicht mehr hören. Wenn hier jemand mordet, kann er auch in seinem Heimatland mit der Todesstrafe bedroht werden. Ja, Genfer Flüchtlingskonvention. Und wer hält sich am Ende überall dran? Also es geht hier nicht darum, dass jemand politisch verfolgt ist, sondern strafrechtlich verfolgt. Die Taliban wollen also wahrscheinlich auch etwas Geld dafür haben, dass sie hier ihre Nationals wieder zurücknehmen. Ich finde es äußerst spannend, dass hier kurz vor der Wahl der Brief reinkommt. Ich gebe ihn euch natürlich im Original weiter, den Brief. Und Frau Baerbock, Sie sind am Zug. Es ist Ihre Arbeit. Die Probleme mit den Taliban, wie Sie hier sagen, es ist ein Terrorregime, bei dem Frauen keinerlei Rechte haben und auch für kleine Vergehen brutale Strafen verhängt werden. Ja, was ist denn im Iran? Im Iran hängen sie die Leute in den Straßen am Autokran und so weiter und so fort. Also diese Ausrede hier, die zieht nicht. Wir haben euch wieder erwischt. Ihr wollt keine Politik für das Volk machen. Ihr wollt Politik gegen das Volk machen. Und dafür bekommt ihr morgen die Quittung an der Wahlurne. Euch kann niemand mehr sehen. Frau Faeser, Frau Baerbock, Herr Scholz, Köfferchen packen, Herr Scholz, Täschchen packen, schon mal auf die Uhr schauen. Bald ist es soweit, dann heißt es Ciao, 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 Bella, Ciao. Dann seid ihr weg vom Fenster. Weg, endgültig weg. Und euch will niemand hier mehr sehen. Niemand. Ihr seid politisch verbrannte Erde, ja. Ihr habt dieses Land in den Abgrund gestürzt, ja. Die CDU hatte den Anfang gemacht und ihr habt dann einfach das Ruder übernommen und seid links die Klippe runtergefahren. Kein Problem, ja. Wir fallen immer noch herunter und bald schlagen wir unten ein. Und wenn wir unten einschlagen, dann werden alle wach in diesem Land. Und dann steht ihr vor dem Scherbenhaufen, den ihr angerichtet habt. Und dann heißt es wieder, oh, die AfD hat so viele Stimmen. Geht auf die Taliban zu, geht auf sie ein, schickt ihnen ihre Straftäter zurück und sorgt dafür, dass die Grenzen dicht bleiben, dass hier niemand mehr reinkommt. Das wäre Politik für das Volk, aber dazu seid ihr nicht in der Lage. Nein, ihr schließt die Grenzen erst zur Europäischen Meisterschaft für die Sicherheit der Spiele, ja. Die Sicherheit der Bevölkerung, die ist euch völlig egal, völlig egal, ja. Und das haben die Bürger inzwischen kapiert, dass ihr in eurem Elfenbeinturm, es sind von hier 5,7 Kilometer bis nach Mitte, dass ihr dort in einer politischen Blase lebt und die Blase wird irgendwann zerplatzen und dann ist das Geschrei wieder groß. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier? Hast du das Kommen sehen, dass die Taliban hier schon diplomatisch vorbereitet sind und mit ihrem Außenministerium gerne Kontakte hätten nach Deutschland, um die Abschiebungen hier in die Wege zu leiten? Ich denke aber, wir sehen wieder kollektive Arbeitsverweigerung unserer Regierung und dafür werden sie irgendwann die gerechte Strafe und die Quittung dafür bekommen. Wer sein Amtseid so fahrlässig bricht, wie jetzt hier Frau Baerbock, indem sie dann sagt, mit denen rede ich nicht. Ja, sorry, dann leg auch dein Amt nieder. Es ist die Pflicht des Außenministers eines Landes, mit jedem zu reden. Es gibt keine Ausschließeritis. Ihr redet ja auch mit der Hamas und mit den Iranern und mit den Chinesen und mit den Russen und so weiter. Alles diese bösen Regime, wie man immer hört, hier oben, aber wenn da oben nicht viel drin ist, kann auch nicht viel kaputt gehen. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Post von der Taliban. Sollten wir reagieren oder sollten wir das ignorieren? Schreib mir deine Meinung unter dieses Video und abonniere diesen Kanal und auch meinen Telegram-Kanal. Dann verpasst du keines meiner Videos mehr. Damit bis bald. Dann verpasst du das Video und abonniere diesen Kanal.